Hi Leute, hier ist euer GlomandaFan1999 und wir basteln heute dieses wunderschöne Klura. Also soweit wie es aufgenommen wird. So, hier haben wir die wunderschöne Anleitung. Ich werde jetzt halt dieses fliegende machen, hier ist ja die Nummer eigentlich schon, haha. So, das sind die schönen Einzelteile. Die Socken lassen wir gleich mal noch drinnen. So, hier ist der Kopf. Wo steht denn hier jetzt? Äh? Wo ist denn die editiert? Achso, ok. Ne, ist ok. Hab ich gehört. Gut. Also ich brauche jetzt mal die 13. So, sauber abgekappt. Und die 12. So, dann packe ich das mal rüber. Sehr klein halt. Aufkleber ist das hier die Nummer 3. Das wird der hier. Ja. 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 So. 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 Die Nummer schon mal fertig. Das ist wie nur 5 oder 3. So, das wird oben jetzt reingeschoben. Ah, da hätte noch eine Aufklärung drauf sein müssen. Das Gute ist ja, man kann es ja wieder rausnehmen. Zwischen den 10, zwischendurch die Nummer 10, ach hier oben, der hier. Also nicht wundern, wenn er das Video abbrechen tut, wird ein zweiter Teil dann hochgeladen. Also ich glaube in 14 Minuten werde ich es nicht schaffen dieses ganze Teil zusammenzubohren. So, jetzt wird das andere schwarze Teil, das ist die A10, dieses wunderschöne Teil. Da kommt natürlich jetzt die Nummer 12 von den Stickern dran. Das ist dieses schöne Stück hier. Ich glaube jetzt hat er unten ausgemacht. Ich glaube, er hat unten jetzt ausgemacht. So, da haben wir da das Hörnchen auch dran. So, bevor wir die zusammenstecken tun, kleben wir noch halt die Augen dran. Aber ich glaube ich mache einzelne Videos. Wir machen heute mal nur den Kopf. Wenn das wäre besser, dann lege ich das heute hoch. So. 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 Super. So, das Auge ist auch drin. Jetzt verbinden wir einfach mal den Kopf gleich, ja wir verbinden das obere Teil vom Kopf schon mal, das können wir nämlich schon machen. So, und dann ist der obere Teil des Kopfes schon mal fertig. So Leute, das war erstmal der erste Teil, der zweite Teil ist der Unterkiefer, den nehme ich gleich auf. Bis gleich! Tschüss! 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 Tschüss!